So, schönen Abend, liebe Leute. Bevor wir loslegen, möchte ich einmal kurz das Wort an Aileen von der Initiative Rock Your Life abgeben. Die möchte euch kurz etwas erzählen. Ja, hallo auch von mir. Schön, dass so viele auch in Präsenz da sind. Auch hallo an alle, die online dabei sind. Ich würde ganz gern kurz unsere Initiative Rock Your Life vorstellen. Es ist eine Initiative, die es hier an der Uni gibt und einmal zur Motivation, wieso es unseren Verein gibt. Wir setzen uns für Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit ein. Hier eine kurze Grafik, die ich mal auf Social Media, glaube ich, sogar gesehen habe, wie früh unser Bildungsweg festgelegt wird. Und oben im Blau sind einmal die Kinder von Eltern mit Studium und unten in Rot Kinder mit Eltern ohne Studium. Und man sieht hinten raus, wenn es dann schon zu höheren Bildungsabschlüssen geht, Bachelorstudium, Masterstudium, Promotion, das dünnt sich einfach in der unteren Reihe weiter aus. Und ja, das finden wir schade. Und das war so ein bisschen der Auftakt, wieso Rock Your Life überhaupt gegründet wurde. Gar nicht mit dem Ziel, dass jeder studiert, sondern einfach, dass jeder und jede ein bisschen besser herausfindet, was ist der Weg, den ich gehen möchte und auch den Weg geht, der für ihn oder sie persönlich der beste ist. Das Ganze lösen wir in einem 1 zu 1 Mentoring-Programm, heißt jeder Jugendliche, die bei uns mitmacht, bekommt für circa ein Jahr einen persönlichen Mentor oder eine Mentorin an die Seite gestellt. Das ist dann meistens ein Studierender der TU Braunschweig hier und der die Mentor, Mentorin begleitet den Schüler, den Jugendlichen für circa ein Jahr. Dabei geht es gar nicht um Hausaufgabenhilfe, beziehungsweise explizit nicht um Hausaufgabenhilfe, sondern um die Betreuung auf dem weiteren Lebensweg, was sich erstmal wie eine wahnsinnig große Aufgabe anhört. Aber tatsächlich, wenn ihr vielleicht selbst Geschwister habt, ist unsere Vision eher, dass wir als MentorInnen ein großer Bruder oder eine große Schwester für einen Jugendlichen sind, für eine gewisse Zeit. Das Ganze startet bei uns immer mit einem Matching, heißt wir machen so ein kleines Speed-Dating mit allen, die Bock haben mitzumachen. Die Schüler und die Studierenden beschnüffeln sich ein bisschen und dürfen dann sagen, das hat irgendwie gut gematcht und dann schauen wir, dass das aufgeht. Über das Jahr hinweg organisieren wir dann drei Trainings, das heißt, es sind so kleine Workshops, die Mentor und Mentee zusammen angehen. Da geht es vor allem um den Aufbau und die Stärkung der Beziehung der Mentees und MentorInnen untereinander, aber auch der verschiedenen Paare untereinander und auch um die Potenzialentfaltung, beziehungsweise Berufsorientierung. Dazu kommen Trainerinnen hier vor Ort vorbei und leiten das Ganze an. Genau, man sieht auch, dass das Ganze funktioniert. Es wurden zum Beispiel vom IFO-Institut eine Studie durchgeführt. Ich habe ein paar Zahlen da mal rausgegriffen und mitgebracht. 82 Prozent der SchülerInnen, die bei uns mitmachen, wissen hinterher nach diesem Programm, wo ihre Stärken liegen. Auch drei Viertel der SchülerInnen wissen besser über ihre Möglichkeiten nach der Schule Bescheid. Und sei das, ich mache vielleicht noch einen Realschulabschluss oder ich weiß, was für eine Ausbildung ich machen kann. Ich werde nicht Schreiner, weil mein Vater Schreiner ist, sondern ich werde vielleicht Erzieher, weil ich gemerkt habe, ich kann super gut mit Kindern umgehen und gebe gern Sachen weiter. Und auch knapp drei Viertel unserer SchülerInnen glauben später dann auch an sich selber und ihre Fähigkeiten. Und ja, das sind ganz schöne Ergebnisse und dazu, oder das bestärkt nochmal unser Programm. Deswegen, ich würde auch schon zum Ende kommen, nochmal kurz drauf eingehen, was unsere nächsten Steps sind. Und auf den letzten Punkt gehe ich jetzt schon mal drauf ein. Wir hatten nämlich ganz lange keinen Raum. Die Räume der Uni sind ja auch rar. Wir hatten keinen Treffpunkt. Diesen Sommer hatten wir das Glück, dass ein Kleingartenverein gesagt hat, wir haben eine freie Kleingartenparzelle und wir unterstützen das gerne. Das heißt, für nächsten Sommer haben wir tatsächlich auch einen Treffpunkt für alle Mentorpaare. Genau. Also bei uns kann man jetzt mitmachen, wenn man Bock hat. Dazu kann man gerne in die WhatsApp-Gruppe eintreten. Damit verpflichtet man sich noch gar nicht teilzunehmen, sondern hat aber schon mal den direkten Kontakt zu uns. Man kann mitmachen, entweder als Mentor. Das Ganze würden wir anlaufen lassen im Januar. Das heißt, da würde es dann mit einer Vorqualifizierung für alle interessierten Mentorinnen losgehen. Das heißt, online werden euch erstmal so ein paar Grundlagen an die Hand gegeben. Wie verhalte ich mich? Was mache ich so? Wie läuft so eine Beziehung ab? Das wäre eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit, wir suchen auch immer Freiwillige, die bei uns im Orga-Team mitwirken. Wir können uns ein bisschen helfen bei der Finanzplanung zum Beispiel oder sowas wie hier heute einmal eine kleine Vorstellung machen mit Marketing arbeiten und, und, und. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten. Ja, screenshotet euch gerne nochmal unsere Folie oder tretet in die WhatsApp-Gruppe ein. Fragen könnt ihr uns gerne auch noch danach stellen per Nachricht und dann freuen wir uns, wenn ihr bei uns mitmacht. Und lieben Dank auch nochmal, dass wir uns heute vorstellen durften und ganz viel Spaß bei dem Programm heute Abend. Danke sehr, Aileen. Also, echt tolle Sache, danach das zu machen. Ansonsten von Aileen zu Dennis, Dennis Hindenburg. Er weiß uns heute, dass er Doktorand zurzeit an der Friedrich-Schiller-Uni in Jena im Bereich der Sozialwissenschaften. Und ihn führt ein langer Weg hierher, von der Mechatronik-Ausbildung am Anfang über sein BWL-Studium bis hin zur Philosophie, worüber auch der Vortrag heute handelt oder philosophisch aufgebaut ist. Und ja, ich würde auch behaupten, mit einem Herz für Nachhaltigkeit. Weiterhin ist er noch der Autor des Buches, vom Urzustand zum Gesellschaftsvertrag. Eine Theorie der sozialen Gerechtigkeit. Was, wenn ich mich nicht irre, ich werde hoffentlich gleich korrigiert ansonsten, auch Teil des Vortrags heute ist. Ja, ich freue mich, dass wir auch mal ein bisschen Philosophie hier haben. Habe ich persönlich ein bisschen vermisst in unserer Vortragsreihe bisher. Ja, aber ja, dementsprechend begrüßt mit mir einmal Dennis Hindenburg. Achso, nee, hatte. Sein eigenes. Ich habe genau. Vielen lieben Dank, Lukas, für die einleitenden Worte. Ja, auch von mir nochmal ein ganz herzliches Willkommen heute hier an alle, die hier vor Ort sind, aber auch an alle, die online dabei sind. Vielen Dank auch nochmal für die Vorstellung der Initiative Rock Your Life. Zum Thema Bildungsgerechtigkeit, womit wir heute eigentlich auch schon beim Thema sind, denn es geht um Verteilungsgerechtigkeit. Und ja, da ist nun Bildungsgerechtigkeit vielleicht nicht immer gleich das erste Thema, das in der öffentlichen Debatte in diesem Zusammenhang genannt wird. Und ja, obwohl es doch andererseits eigentlich sehr gut empirisch untersucht ist, dass wir ein Problem der Bildungsgerechtigkeit haben und ja, dieser Bereich ausführlich eigentlich untersucht wurde und darüber hinreichend Klarheit herrscht. Ja, gut, nun zum eigentlichen Vortrag, zum Thema Verteilungsgerechtigkeit. Warum beschäftigen wir uns oder sollten wir uns eigentlich mit Fragen der Gerechtigkeit befassen? Nun ja, es ist so, dass aktuell 10% der Menschen in extremer Armut leben. Das heißt, sie verfügen über weniger als 1,90 Dollar pro Tag. Zwei Millionen Menschen haben keinen Zugang zu einfachen Medikamenten. 18 Millionen sterben jedes Jahr an den Folgen von Armut. Um das einfach mal zu begreifen, sind so viele Menschen wie, also alle vier Jahre sterben so viele Menschen als an Folge von Kriegseinwirkungen und Kriegsverbrechen innerhalb des gesamten Zweiten Weltkrieges. Ja, andererseits wird vermutet, dass eine Umverteilung von lediglich 2% des Einkommens extreme Armut auf einen Schlag beseitigen könnte. Wir sehen hier eine Grafik, die die globale Vermögensverteilung noch einmal veranschaulicht. Wir haben hier sozusagen das reichste 1% der Weltbevölkerung, wobei jede Person über eine Million US-Dollar verfügt. Und alleine dieses eine Prozent der Weltbevölkerung verfügt über 43% des Vermögens, das auf der Welt überhaupt vorhanden ist. Die nächsten 10% verfügen zusammen über 40%, weitere 40%. Und ja, wir sehen anhand dessen schon, dass hier eine enorme Vermögenskonzentration bei den obersten 11% vorhanden ist. Ja, ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung verfügt gerade mal hier über 1,4%. Wir sehen hier nochmal eine Aufschlüsselung des selben Sachverhalts in Zehntellen der Weltbevölkerung und hier ebenfalls wieder erkennbar mit einer rapiden, abfallenden Kurve sozusagen die Vermögensverteilung bis hin zum letzten Zehntel, das eigentlich auch nur noch Schulden hat und gar kein Vermögen. Das ist jetzt kein ausschließlich globales Phänomen. Wir beobachten diese Vermögenskonzentration auch in Deutschland. Und da sehen Sie hier auf der linken Seite eine Grafik, die das in Deutschland veranschaulicht. Nun ist diese nicht ganz so extrem wie im globalen Verhältnis, aber dennoch hinreichend kennzeichnend. Ebenfalls verhält es sich im Vergleich zwischen den Staaten. Wir sehen hier, dass das Nettovermögen pro Erwachsenen in Zentralafrika am geringsten ist. Und nun ist es so, dass es sich hier nicht nur um eine materielle Ungleichheit handelt. Mit der Ungleichheit im Einkommen und Vermögen geht auch eine Ungleichheit gemessen am Index der menschlichen Entwicklung einher. Würde man diese Karte, den Index der menschlichen Entwicklung der einzelnen Staaten, über diese Karte legen, wäre das Bild so ziemlich identisch. Denn dieser wird bemessen am Pro-Kopf-Einkommen, an der Zahl der absolvierten Schuljahre und an der Lebenserwartung. Also wir sehen, das Thema ist nicht nur rein materieller Natur. Ja, und wie Ihnen sicherlich bekannt sein dürfte, verbrauchen wir in Deutschland mehr als eigentlich nachhaltig vorhanden, also mehr als die nachhaltige Nutzung eigentlich hergeben würde. Dabei verursacht das reichste Zehntel der Weltbevölkerung hier über ungefähr 50 Prozent der konsumbedingten CO2-Emissionen, wobei die ärmsten 50 Prozent, also die ärmste Hälfte der Welt, gerade einmal 10 Prozent der konsumbedingten Treibhausgase dafür verantwortlich ist. Ja, ist das gerecht? Das ist die große Frage. Und insofern die Zielsetzung des heutigen Vortrages, wo wir uns der Frage nähern wollen, was bedeutet Gerechtigkeit überhaupt, was kann Gerechtigkeit bedeuten? Bedeutet Gerechtigkeit gleich Gleichheit? Falls nein, welches Maß an Ungleichheit ist gegebenenfalls gerechtfertigt? Und die äußerst spannende Frage, es ist ja ein sehr kontroverses und umstrittenes Thema, ob es uns heute hier gelingt, bei dieser Beantwortung dieser Frage einen Minimalkonsens zu erzielen. in dem wir mal versuchen, eine möglichst unparteiische Betrachtungsperspektive einzunehmen, die der unserer alltäglichen Betrachtung vielleicht übersteigt. Wir schauen uns an, wie eine überzeugende Argumentation für eine gerechte Gesellschaft aussehen könnte und welche Ansätze sich dabei für die Praxis ergeben könnten. Das alles ist natürlich eine Einladung zum kritischen Mitdenken und Mitdiskutieren, denn Gerechtigkeit ist nichts, das man jetzt einfach vorschreiben kann oder dass sich einer ausdenkt, sondern es kommt hier natürlich auch auf den reflektierten Diskurs hauptsächlich an, den wir alle führen müssen. Ja, eine Antwort auf derartige Fragestellung bieten sogenannte ethische Vertragstheorien und ja, was Vertragstheorien im Einzelnen sind, dafür werden wir gleich ein Gespür bekommen. Hier mal eine Aufzeichnung der wichtigsten Vertragstheoretiker, angefangen mit Thomas Hobbes, mit seinem Werk Leviathan 1651, in dem er den Versuch unternahm, den gemäßigten Absolutismus zu rechtfertigen, 1762 Jean-Jacques Rousseau vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts, wo er die Ideale der französischen Revolution rechtfertigte und im Zuge der französischen Revolution war sein Werk auch eines von den Werken, die tatsächlich auch, wenn man so möchte, Geschichte geschrieben haben, also die für die Geschichtsschreibung tatsächlich dann relevant waren. Ja, 1795, Immanuel Kant mit seiner Schrift zum ewigen Frieden, in dem er für den Weltfrieden argumentiert, dann kam lange Zeit nichts. Die politische Philosophie galt, man möchte schon sagen, als eingeschlafen. 200 Jahre später kam dann John Rawls mit einer Theorie der Gerechtigkeit, in dem er den Gedanken der Vertragstheorie aufgriff und damit versuchte, Fragen der Verteilungsgerechtigkeit zu beantworten. Seitdem ist wieder einige Zeit ins Land gestrichen und wir haben Fortschritte im Bereich der Wissenschaften gemacht. Wir haben viele wissenschaftliche Erkenntnisse seitdem gemacht, in den Bereichen der Psychologie, der Soziologie bis hin zu den Neurowissenschaften, das letztendlich für mich den Ausschlag gegeben hat, hier einen Neuentwurf zu unternehmen. So, was, wobei ich jetzt erstmal die Ausgangsbasis vorstellen möchte, die auch John Rawls gewählt hat. Ja, was hat John Rawls gesagt? Er hat den Vorschlag gemacht, wenn wir uns mit Fragen der Gerechtigkeit auseinandersetzen, dann sollten wir uns doch auf ein Gedankenexperiment einlassen. Er hat vorgeschlagen, dass wir uns mal vorstellen, dass wir uns in einer Art Urzustand befinden. Und in diesem Urzustand befindet sich oder ist noch keine Gesellschaft vorhanden. Also es existieren noch keine Rechte, noch keine Pflichten. Wir kommen jetzt mit unseren Mitmenschen zusammen, um die Regeln zu bestimmen, nach denen wir dann eine Gesellschaft aufbeulen wollen, nach denen wir dann leben wollen. Dabei gilt es, Regeln zu bestimmen, nach denen Güter und Lasten verteilt werden sollen. Güter sind dabei vornehmlich alle Mittel, die der Bedürfnisbefriedigung dienen, von Ressourcen, Produkte, Dienstleistungen, Rechte und Lasten vornehmlich menschlicher Arbeit, aber auch Einsparungen. Diese Regeln sollen dann generationenübergreifend befolgt werden. Wir sollen also letztendlich nichts anderes machen, als die Spielregeln unseres Zusammenlebens bestimmen. In diesem Urzustand treffen wir diese Vereinbarung dann frei, rational und in einem fairen Diskurs miteinander. Und während dieser Verhandlung, die sich dann abspielt, haben wir Zugriff auf das gesamte Wissen der Menschheit. Hintergrund ist dann der, dass, wenn es uns gelingt, diese Prinzipien herzuleiten, dass man dann, wenn man in einer gerechten Gesellschaft lebt, so die Argumentationen, dann seinen Mitmenschen gegenüber rechtfertigen kann, warum leben wir nach den Regeln, wie wir leben, weil wir uns in einem fairen Diskurs auf derartige Regeln einigen hätten können. Ja, dass nun niemand seine Regeln zum eigenen Vorteil bestimmt, so das Gedankenexperiment, umgibt uns der Schleier des Nichtswissens. Dieser Schleier raubt uns sämtliche Informationen zu unserer Person. Wir wissen also nicht, welche Größe wir haben, welche Intelligenz, welche Körperkraft wir haben werden. Wir kennen unsere Hautfarbe nicht, unser Geschlecht. All das, all diese Informationen, selbst die Generation, der wir angehören werden, wird uns erst bekannt, wenn wir die Regeln aufgestellt haben, dann erst lüftet sich der Schleier des Nichtwissens. Die Frage ist also, nach welchen Gütern, nach welchen Regeln wollen wir Güter verteilt wissen? Nach Gleichverteilung, nach Leistung, nach Bedarf, Um dieses Gedankenexperiment etwas greifbarer zu machen, stellen Sie sich bitte alle vor, dass ich Ihnen hier einen Briefumschlag austeile. Stellen Sie sich bitte vor, die haben Sie jetzt bei sich vor dem Tisch zu liegen. Und in diesem Briefumschlag befindet sich ein fiktiver Steckbrief einer Person. mit gewissen Eigenschaften. Und nach der Vorlesung werden wir uns dann darüber austauschen, ob Sie der Ansicht sind, dass diese Person nach den Regeln, die wir aufgestellt haben, ein gutes Leben hätte. Ich bitte Sie daher, während ich Ihnen meine Argumentation hier zeigen möchte, oder vortragen möchte, auch vielleicht für sich selber reflektieren, folgen Sie der Argumentation, wenn nicht, stellen Sie währenddessen ruhig Ihre eigenen Gerechtigkeitsgrundsätze auf. Machen Sie sich Notizen, wo Sie vielleicht abweichen werden. Wir werden uns dann am Ende darüber austauschen. Sie werden die Möglichkeit dann haben, mit Ihrem Smartphone einen QR-Code abzurufen, der den zufällig generierten Steckbrief dann zu Ihnen auf das Telefon transportiert. Ja, soweit zum Gedankenexperiment. Ja, die Frage ist nun, was können wir beraubt um sämtliche persönliche Informationen denn in diesem fiktiven Urzustand dennoch über uns in Erfahrung bringen? Naja, wir wissen zuerst mal, dass wir Menschen sein werden. Und wie Sie sicherlich bereits schon kennen, hat der US-amerikanische Psychologe Maslow eine gewisse Kategorisierung von Bedürfnissen herausgefunden oder in Studien herausgestellt. Ich möchte darüber noch mal kurz eingehen und zwar hat er gesagt, okay, jeder Mensch, der hat irgendwo physiologische Existenzbedürfnisse nach Hunger, Durst, Schlaf, dann hat er gewisse Sicherheitsbedürfnisse nach körperlicher Unversehrtheit, gewisse soziale Bedürfnisse nach Freundschaft, Liebe, Individualbedürfnisse nach Ansehen, Anerkennung, Freiheit, Selbstvertrauen und das Bedürfnis der Selbstverwirklichung. Und das eigentliche Interessante, was Maslow in seinen zahlreichen Studien in den 60er, 70er Jahren herausgefunden hat, ist, dass diese Kategorien von Bedürfnissen erst in Erscheinung treten, wenn die vorherige Bedürfniskategorie hinreichend erfüllt wurde. Also, ja, wie Berthold Brecht vielleicht mal etwas zugespitzt formuliert hat, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Also, erst müssen irgendwo gewisse Existenzbedürfnisse befriedigt sein, bevor wir uns hier über Freiheiten und Rechte austauschen. Und, ja, nun gibt es gewisse Grundbedürfnisse, die gewisse Grundgüter erfordern, um befriedigt zu werden. Und diese Güter braucht so ziemlich jeder Mensch, beispielsweise Luft, Nahrung und Wärme. Ja, im Urzustand wissen wir jetzt nicht, wie viel wir von jedem Grundgut benötigen werden, aber wir wissen, dass wir diese Grundgüter brauchen. Gleichzeitig wissen wir, wir werden nicht unendlich viele von diesen Grundgütern brauchen. Wir werden also beispielsweise nicht 100 Äpfel pro Tag benötigen, um unser Bedürfnis nach Nahrung zu befriedigen. Die einzige vernünftige Konsensentscheidung, die wir nun herbeiführen können, weil es stellt ja nun jeder der Verhandelnden den Anspruch auf die Befriedigung seiner Grundbedürfnisse, ist daher, dass wir zunächst uns erst einmal auf eine bedarfsorientierte Verteilung dieser gewissen Grundgüter einigen. Also Sie merken schon an der Hand der Argumentation, es ist eine Vertragstheorie, das wollte ich nochmal in Erinnerung rufen, es ist hier heute eine spezielle Denkweise der politischen Philosophie, aber die meist rezitierte und von daher, auch wenn es vielleicht zwischendurch mal etwas abstrakt klingen mag, bitte ich Sie darum sich heute einfach mal darauf einzulassen. Ja und nun könnten sich die Menschen so der Vorschlag im hypothetischen Urzustand darauf einigen, auf den Gerechtigkeitsgrundsatz, jeder Mensch hat das gleiche Recht auf Grundgüter in dem Umfang, in dem sie zur Befriedigung seiner Grundbedürfnisse erforderlich sind. Ja, aber ab wann ist ein Grundgut nun ein Grundgut? Naja, es muss zunächst erst einmal von existenzieller Bedeutung sein, es muss eine gewisse gesellschaftliche Einigung darüber herrschen und es muss auch in ausreichender Menge vorhanden sein, dass wir es überhaupt nach dem Bedarfsprinzip verteilen können. Und ja, wie wir in der Geschichte sehen, wechselt der Umfang von Grundgütern auch, denn beispielsweise das Internet war in den 70er-Jahren ein knappes Gut, es war von geringer gesellschaftlicher Relevanz, es war auch nicht für alle zugänglich, aber das hat eigentlich auch niemanden gestört, denn ja, die Relevanz war äußerst gering. Das änderte sich über die Jahrzehnte hinweg, das Internet wurde immer relevanter und nicht nur für die Güterproduktion, sondern auch zur Befriedigung von Sozialbedürfnissen und ja, so ist es nun, oder wird es mehr und mehr zu einem Grundgut, das sehen wir daran, dass ich an öffentlichen Plätzen mehr und mehr kostenlose WLAN Hotspots entwickeln und mehr und mehr Menschen ungeschränkt Zugriff auf das Internet haben. Ja, wir können also jetzt erstmal nicht sagen, wir wissen ja nicht, welche Generation wir angehören werden, wie umfangreich so diese Liste aussehen und aus diesem Grund stellt man sich die Frage, kann man denn wenigstens Regeln dafür aufstellen, wie ein solcher Umfang an Grundgütern definiert werden soll. Ich habe Ihnen hier mal drei verschiedene Personen mitgebracht, um das einfach besser zu veranschaulichen. Einmal Tim, den Rennfahrer, Karl, den Handwerker und Lara, die Topmanagerin. Tim, der Rennfahrer, ist zwölf Jahre alt, er liebt es, mit seinen Freunden Schach zu spielen, Seifenkistenrennen zu fahren. Es ist nur der Fall, dass er einen Rollstuhl benötigt, um sich fortbewegen zu können. Dieses Beispiel, diese Persona Tim, wird in der politischen Philosophie häufig als Persona herangezogen. Es stammt aus Charles Dickinson, die Weihnachtsgeschichte Tiny Tim, einfach nur, um zu veranschaulichen, dass es offensichtlich auch Menschen geben kann, die einfach einen gewissen anderen Umfang an Grundgütern erfordern, wie es andere Menschen erfordern, um im gleichen Maß wie auch andere Menschen an der Gesellschaft ganz normal teilnehmen zu können. Ja, Karl, der Handwerker, ist in seinem Beruf äußerst talentiert und macht gerne einmal im Jahr Urlaub mit seiner Familie. Dann haben wir noch Lara, die Top-Managerin, die in ihrem Beruf voll aufgeht und sich sehr stark für ihr Unternehmen einsetzt, aber sie mag es auch gerne mal Luxusgüter zu konsumieren, sie mag es teure Yachten zu steuern und ja. Nun können wir ja davon ausgehen, dass die Produktionskapazitäten in der zukünftigen Gesellschaft beschränkt sein werden. Also wir werden nicht in der Lage sein, von allem unendlich viel zu produzieren, sei es aufgrund der beschränkten Ressourcen, aufgrund der beschränkten Anzahl an Produktionsmitteln, Maschinen, menschlicher Arbeit und wir hätten nun zwei Szenarien zur Auswahl. Entweder können wir den Umfang an Grundgütern möglichst maximieren, dass wir möglichst viele Grundgüter haben oder wir maximieren den Umfang an knappen Gütern, die dann vielleicht nicht für alle Menschen vorhanden sind und anhand dieser hier vorgestellten Nutzentabelle sehen wir schon, dass die verschiedenen Personenprofile, die hier einfach nur beispielhaft mal dargestellt sind, diese verschiedenen Szenarien unterschiedlich bewerten würden und beispielsweise könnten wir uns vorstellen, im ersten Szenario wären alle annähernd damit einverstanden, würden das durchschnittlich vielleicht mit einem Nutzen von drei bewerten. Im zweiten Szenario wäre Tim wahrscheinlich nicht so sehr einverstanden damit. Karl würde sich vielleicht auch wie im bereits ersten Szenario irgendwie arrangieren können und Lara könnte dann ihre Luxusgüter konsumieren im vollen Umfang. Wie nun entscheiden? zurückgehend auf John Rawls oder in Anlehnung an John Rawls argumentiere ich hier für die Anwendung der Minimax-Regel als Entscheidungsregel für eine Entscheidung unter Unsicherheit. Wir wissen nicht, welches Personenprofil unserem am nächsten kommt und ja, nun ist es andererseits so, dass diese Entscheidung aber grundlegenden Einfluss auf unsere Lebensführung, unsere Lebensplanung hat. Also wäre es aus der Perspektive des Urzustandes hier nur äußerst vernünftig, diesen Fall möglichst gut ausfallen zu lassen beziehungsweise den schlechtest möglichsten den Fall der am schlechtesten ausfällt möglichst gut ausfallen zu lassen. Also sprich das Minimum zu maximieren. Also würde es nahelegen den Umfang der Grundgüter möglichst zu maximieren und dieses mit dem Gerechtigkeitsgrundsatz jeder Mensch hat das gleiche Recht auf die umfangreichste Liste an Grundgütern die für alle natürlich möglich ist. So nun haben wir aber das Problem die meisten Güter werden keine Grundgüter sein. Es wird auch knappe Güter geben. Diese Güter definieren sich vornehmlich dadurch, dass sie nicht in ausreichender Menge vorhanden sind, um die Bedürfnisse aller Menschen zu befriedigen und aus der Perspektive des Urzustands beansprucht nun jeder der Verhandelnden den gleichen Anteil zunächst erstmal auf diese knappen Güter. Es gibt nun erstmal keine Gründe, warum der eine die andere von dieser Forderung abweichen sollte. Ausgangspunkt der weiteren Betrachtung ist folglich die Forderung, dass jeder Mensch das gleiche Recht auf den gleichen Anteil an knappen Gütern hat. Die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, welche Gründe könnten denn nun vorliegen, von einer Gleichverteilung abzuweichen? Nun ja, man könnte einerseits argumentieren wie John Rawls, ja, also wenn ein gewisses Maß an Chancengleichheit gegeben wäre, bezogen auf den Zugang zu bevorteilten Positionen, dann könnten wir uns von dem Anspruch auf Gleichheit distanzieren. Denn es kann ja dann mehr oder weniger jeder sich um die bevorteilten Positionen, Ämter und Positionen in dem Sinne um diese konkurrieren. Chancengleichheit bedeutet in dem Sinne dann Konkurrenz, also ein freies, gleichrangiges Konkurrieren um bevorteilte Positionen. Ja, hier möchte ich aber zwei Einwände machen. Zunächst einmal stellt sich die Frage, wollen wir denn überhaupt ein so starres System mit derart starren Strukturen und Positionen, wie es die Chancengleichheit hier fordert. Denn es gibt es nicht so, dass es keine Alternativen gäbe. Beispielsweise im antiken Griechenland erfolgte die Vergabe von Ämtern für die Verwaltung bestimmter Stadtbezirke nach dem Losverfahren. Die Verwaltungsbereiche innerhalb einer Stadt waren einerseits sehr klein und wie gesagt, konnte man sich dann eben für diese Ämter bewerben und die Ämtervergabe erfolgte nach dem Losverfahren und das gewährleistete einerseits eine Einarbeitung der Stadt teils Bevollmächtigten sehr schnell möglich war, weil der Umfang des Verwaltungsbereichs begrenzt war. Andererseits beugte dies erheblich der Korruption und der Machtkonzentration vor. Also wäre ja zu fragen, ob wir hier diese Chancengleichheit tatsächlich für alle Bereiche anstreben müssten oder dieses Konkurrieren eben diesen Wettkampf um begehrte Positionen. Ja, der zweite Einwand ist die Frage, kann Chancengleichheit überhaupt gelingen? Denn Studien zeigen, die Vergabe von gewissen Positionen erfolgt zum großen Teil auf Basis von sozialen Beziehungen. Also beispielsweise zeigen Studien, dass 60 Prozent der Berufspositionen nicht etwa durch formale Bewerbungsverfahren, sondern maßgeblich durch, wenn man so will, Beziehungen vergeben werden. Also ist unsere soziale Praxis dahingehend überhaupt kompatibel? Und ein gravierender Einwand ist, ob dieses liberale Konstrukt der fairen Chancengleichheit denn überhaupt mit unserer Lebenswelt vereinbar ist. Sind wir nicht ständig in einem sozialen Prozess eingebunden, also sowohl aufgrund unserer Erfahrungen als auch unserer biologischen Voraussetzungen? Und es stellt sich die Frage, können wir denn und wollen wir denn überhaupt einen Punkt erreichen, von dem aus dann alle die gleichen Startchancen haben. Hier zur Veranschaulichung mal eine Skulptur The Self-Made Man. Wir sehen hier also einen Mann, der sich frei von allen Umwelteinflüssen selbst aus dem Stein formt, seinen Charakter formt, seinen muskulösen Körper hier ausbildet, keinerlei Hilfe von außen benötigt und ja, das soll so ein bisschen veranschaulichen, wie das US-amerikanische Narrativ hier doch wirksam wird, dass allerdings sämtlichen soziologischen und psychologischen und jetzt nachweislich eben auch neurowissenschaftlichen Erkenntnissen so widerläuft, also wir sind einfach keine Wesen, die hier voraussetzungsfrei ihre Persönlichkeit ausbilden. Das mag vielleicht für manche Ansätze, der Persönlichkeitsentwicklung durchaus einen gewissen Mehrwert bringen, aber für politische Strukturen sollte dieses Narrativ doch durchaus hinterfragt werden und diese von mir angesprochenen neurowissenschaftlichen Erkenntnisse machen das vielleicht noch mal etwas deutlicher, denn es lässt sich eben auch auf materieller Ebene naturwissenschaftlich nachweisen. so kann man anhand der entsprechenden Untersuchungen eben darlegen, dass alle Denk- und Entscheidungsprozesse letztlich ja physikalische Aktivitäten in unserem Gehirn sind. Und diese physikalischen Aktivitäten passieren natürlich nicht einfach so, sondern sie unterliegen wie alle sämtlichen Naturphänomene dem Ursache-Wirkungs- Prinzip und ja, es ist einfach so, dass vorangegangene physikalische Zustände wie beispielsweise die Aktivität von Neuronen dann eben zukünftige mentale Zustände bewirken in der in dem Bereich der Neurowissenschaften auch als neuronaler Determinismus bezeichnet. Also jetzt mal ganz kurz runtergebrochen bedeutet das einfach nichts anderes als dass unsere bisherigen Umwelteinflüsse und unsere genetische Veranlagung unsere Entscheidungen bestimmen und unsere Entscheidungen dann wiederum zukünftige Umwelteinflüsse bestimmen, denen wir dann ausgesetzt sind. Es ist hier also die Frage, ob wir nicht ständig in einem ständigen Prozess dieser Einflüsse eingebunden sind, einfach aufgrund der Lebenspraxis, dass dieses Ideal von einem Ausgangszustand von dem aus alle gleich sind eigentlich kaum gelingen kann. Daher die Frage, ob es nicht viel wichtiger ist, egalitäre Strukturen zu schaffen. Ja, ich möchte Ihnen jetzt nachfolgend ein paar Argumente vorstellen, Argumente gegen Gleichheit und Argumente für Gleichheit, die möchte ich Ihnen in Form eines sogenannten Syllogismus präsentieren, wie Sie ihn hier sehen. Das ist einfach eine Form, wie man ein Argument darstellen kann, die sich in der Philosophie einfach bewährt hat, wenn man sich mit Argumenten auseinandersetzen will. Ein Syllogismus besteht für gewöhnlich aus einer normativen Annahme, also einer Aussage darüber, wie etwas sein soll, oftmals einer empirischen Annahme, also einer empirisch überprüfbaren Annahme, die aufgrund von Erfahrungen beruht, und einer Schlussfolgerung. Wir sehen das jetzt hier am Beispiel des Faulheitsarguments, wo man ja das Argument vertreten könnte, wenn Gleichverteilung zu einer substanziell kritischen Arbeitsleistung führt, dann entscheiden sich die Verhandelnden im Urzustand gegen Gleichverteilung. Die empirische Prämisse Gleichverteilung führt zu einer substanziell kritischen Arbeitsleistung, womit eine Arbeitsleistung gemeint wäre, die ein Überleben kaum noch möglich macht, weil wir einfach vielleicht bei einer Gleichverteilung so faul werden, dass wir gar nichts mehr machen. Und die Schlussfolgerung wäre eben dann, die Verhandelnden entscheiden sich gegen Gleichverteilung. Nun wäre die normative Prämisse, wäre es dann tatsächlich so, vielleicht könnte man dafür noch schlüssige Argumente finden, dass sich die Verhandelnden im Urzustand vielleicht sogar gegen Gleichverteilung entscheiden würden, wenn ein Überleben gar nicht möglich wäre. Allerdings zeigt uns die Erfahrung, dass hier kein Grund zur Besorgnis besteht, denn hierfür gibt es kaum empirische Anhaltspunkte, also eigentlich gar keiner. Denn auch in egalitären Gesellschaften waren Menschen stets in der Lage, ihre substanziellen Bedürfnisse zu befriedigen. Beispielsweise die Hordengesellschaft der Einstein-Zeit, wo hundert jagende und sammelnde Menschen, Männer und wie wir wissen auch Frauen, damals zusammenlebten und gejagt und gesammelt haben und dies in weitestgehend egalitären Strukturentaten. Nun könnte man sagen, ja okay, so alte, altertümliche Gesellschaften, die sind jetzt nicht mehr wirklich vergleichbar mit den heutigen modernen Gesellschaften. Ja, dann könnte man anführen, den Einheitslohn in Kuba von 1964 bis 1973. Der hat tatsächlich zu einer Verringerung, nicht unerheblichen Verringerung der Arbeitsleistung geführt, aber es war zu keinem Zeitpunkt wirklich kritisch gewesen. Oder beispielsweise den spanischen Anarchosyndikalismus. Das war eine Zeit von 1936 bis 1939 in vornehmlich Nordspanien, in Katalonien, wo für eine Zeit lang Anarchie gelebt wurde. Das war eine sehr egalitäre Gesellschaftsform. Mancherorts wurde sogar das Geld abgeschafft und ja, dort war sogar ein Produktionsanstieg in manchen Bereichen, um bis zu 40% zu beobachten, vornehmlich im Bereich der Infrastruktur beziehungsweise des Nahverkehrs. Sogar ein Argument eigentlich vielleicht sogar dagegen. Ja, das Leistungsargument, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen, das hört man vielleicht oftmals in öffentlichen Debatten. Genau genommen heißt es in der Bibel, aber wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Also hier nochmal ein feiner moralischer Unterschied. Ja, aus Perspektive des Urzustands ist dieses Argument aber kritisch zu sehen, denn es könnte ja durchaus Interesse, es könnte ja durchaus der Fall sein, dass wir uns vielleicht in einer Person wiederfinden, die gar kein Interesse an der Leistung einer anderen Person hat. Also warum sollten wir von dem Anspruch auf Gleichverteilung einfach so zurückweisen? Ja, denn letztendlich muss ja der Begriff Leistung dann letztendlich auch irgendwie an einem Mehrwert für alle oder für etwaige Benachteiligte verknüpft sein. Ansonsten scheint dieses Argument wenig überzeugend zu sein. Das Wirtschaftswachstumsargument auch häufig ins Feld geführt, dass Ungleichheit einfach erforderlich ist, um wirtschaftlichen Wachstum zu generieren. Das geht so ein bisschen zurück auf Adam Smith häufig im Diskurs, der mal sagte, wer sein eigenes Interesse verfolgt, befördert das der Gesamtgesellschaft häufig wirkungsvoller, als wenn er wirklich beabsichtigt, es zu fördern. Ich habe nie erlebt, dass viel Gutes von denen erreicht wurde, die Vorgaben für das öffentliche Wohl zu handeln. Also dahinter ist so ein bisschen der Gedanke, dass Ungleichheit im freien Markt einfach erforderlich ist, der dann für alle Wohlstand schafft. Ja, hier haben wir beobachtet in der Vergangenheit, dass dieser Trickle-Down-Effekt nicht hinreichend deutlich zu verzichten, zu beobachten ist. Also Trickle-Down-Effekt, damit ist der Effekt gemeint, den ich gerade beschrieben habe, dass irgendwo, wenn man davon ausgeht, dass es durch Marktprozesse dem obersten Teil der Bevölkerung besser und besser geht, dieser Wohlstand dann irgendwann zu den unteren Schichten durchsickert. Und ja, wie Sie alle wissen, ist das natürlich auch aus sozioökologischer Perspektive fraglich hinsichtlich des Ressourcenverbrauches. Also dahingehend wird das Wirtschaftswachstumsargument ja auch in der Öffentlichkeit mehr und mehr kritisiert. Ja, letztendlich ist hier auch die empirische Prämisse fragwürdig, denn man beobachtet im internationalen Vergleich, dass selbst wenn man Wirtschaftswachstum anstrebt, dass gerade die Staaten ein höheres Wirtschaftswachstum aufweisen, in denen Einkommen und Vermögen gleicher verteilt ist als in anderen. Außerdem hat uns die Geschichte gelehrt, dass der Wohlstand für Schlechtgestellte oftmals auf der Straße einfach auch blutig erkämpft werden musste, wenn wir da an das frühkapitalistische England denken. Dort hat erst dieser Prozess von Revolte dazu geführt, dass sich Arbeitsrechte etablieren konnten, dass es Renten- und ein Gesundheitssystem gab und eine soziale Wohlfahrt eingerichtet wurde. Oder denken wir auch beispielsweise an die Abschaffung der Sklaverei. Ja, man könnte auch das Anreizargument ins Feld führen für eine Ungleichverteilung, indem man davon ausgeht, ja, um das gewisses Verhalten herbeizuführen, das einfach wünschenswert ist, bedarf es nun mal gewisse Anreize, dann vielleicht auch materieller Natur, die eine gewisse Ungleichverteilung verursachen. Diesem Argument kann man jetzt per se erstmal natürlich zustimmen, denn es ist natürlich schon denkbar, dass gewisse Verhaltensweisen, die auch den schlechter Gestellten, den etwaig schlechter Gestellten zugutekommen, vielleicht gewisse Anreize erfordern. Aber dann auch nur, wenn dann die tatsächlich Benachteiligten davon auch wirklich einen Nutzen haben. Auch die empirische Prämisse ist klar, dass durch Anreize gewisses Verhalten befördert werden kann. Auch negative Anreize in Form von Sanktionen können eben tatsächlich zu einer Verhaltensänderung führen. Aber wir sollten hier eben auch vorsichtig sein, denn es gibt auch gewisse Korrumpierungseffekte, die wir beobachtet haben, dass ursprünglich von selbst heraus ausgeführtes Verhalten, also intrinsisch motiviertes Verhalten, für das dann Anreize in Aussicht gestellt wurden, dass diese Motivation dann nachgelassen hat. Und ein weiterer spannender Effekt ist die relative Konsumfalle, die beschreibt, dass wenn Ungleichheit größer und größer wird und wir ein marktwirtschaftliches System voraussetzen, dann aufgrund der höheren Kaufkraft der Bessergestellten diese mehr und mehr auf die Güterproduktion einwirken, also aufgrund ihrer Nachfrage mehr Einfluss darauf haben, welche Güter überhaupt produziert werden sollten und dies kann dann tatsächlich in einer Konsumfalle führen, wo weite Teile der Produktionskapazitäten, der gesellschaftlichen Produktionskapazitäten dafür verschwendet werden, in Anführungsstrichen, um Luxusgüter herzustellen. Ja, und letztlich kann das Seigen von Anerkennung oftmals auch einfach wirkungsvoller für die Motivation sein. Nun zu den Argumenten für Gleichverteilung. Wir haben beobachtet oder zahlreiche Studien zeigen das, dass in Gesellschaften, wo beispielsweise das Einkommen deutlich gleicher verteilt ist, hier auch eine geringere Kriminalität vorhanden ist. Beispielsweise ist die Mordrate geringer, das Risiko bestohlen zu werden ist geringer und auch die Ausgaben für die öffentliche Sicherheit sind geringer. Auch das subjektive Unsicherheitsempfinden ist geringer seitens der Bevölkerung, was natürlich auch ein wichtiger Faktor ist. Man möchte sich natürlich auch sicher fühlen dort, wo man lebt. Das schlägt sich mitunter sogar bis auf das Verhalten von Kindern nieder, wo man ein erhöhtes Aggressionspotenzial und eine erhöhte Kampfbereitschaft bei Kindern beobachtet hat. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die physische Gesundheit. Im Vergleich zwischen verschiedenen Staaten konnte man beobachten, dass zwar in Entwicklungsländern die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gemessen am Nationaleinkommen schon eine sehr starke Korrelation mit der Lebenserwartung der Bevölkerung einhergeht, beziehungsweise mit allgemeinen Indikatoren der Gesundheit, dass in Industrieländern hier aber vornehmlich die Einkommens- und Vermögensgleichheit ein wichtigerer Faktor ist, als tatsächlich die Wirtschaftsleistung. Die Theorien, die das erklären oder versuchen zu erklären, die sind recht interessant, muss ich jetzt aber aus Zeitgründen mal überspringen. Aber nichtsdestotrotz auch in Entwicklungsländern ist die materielle Gleichheit hier auch eine Variable, die sich dennoch positiv auf diesen Zusammenhang auswirkt. Und das ist jetzt nicht nur ein wesentlicher Faktor im Vergleich zwischen verschiedenen Staaten. Wir sehen das auch beispielsweise innerhalb von Staaten. Also wenn wir hier beispielsweise die Differenz der Lebenserwartung in den USA nehmen, zwischen dem reichsten und dem ärmsten 1%, beträgt diese 14,6 Jahre im Durchschnitt. Mit einer materiellen Ungleichheit verbunden gehen auch einher gewisse psychosoziale Komponenten. So befördert stark ausgeprägte materielle Ungleichheit ein negatives soziales Umfeld, in dem man beobachtet hat, Staaten, in denen die Ungleichheit größer ist, dort auch das gegenseitige Vertrauen geringer ausgeprägt ist, die Kooperations Bereitschaft zwischen den Menschen geringer ist, die Toleranz tendenziell abnimmt und so auch einfach die gesellschaftliche Koalition, also der Zusammenhalt schwindet. Gleichsam gehen damit einher ein höheres Risiko mentaler Krankheiten wie Depressionen, narzisstische Persönlichkeitsstörungen, Drogenkonsum und Statusängste und dies auch bei Bessergestellten, also profitieren auch von mehr Gleichheit tatsächlich auch Bessergestellte, indem sie dann eben weniger Angst vor potenziellen Abstieg, also sozialen Abstieg und so folglich auch weniger Stress haben. Entschuldigung. Das ist mal ein Schluck nehmen. Ja, zum Autonomie-Argument auch ganz interessant. Die Autonomie natürlich hier auch ein wesentlicher Faktor einfach für die persönliche Lebensplanung. So zeigt uns beispielsweise die Glücksforschung, dass das Ausmaß an politischer Mitbestimmung hier auch einhergeht mit der Lebenszufriedenheit der Menschen. Also man möchte einfach gerne dort, wo man lebt, auch gerne mitbestimmen und seine politischen Interessen kundtun und auch die einfließen lassen ins Zusammenleben einfach. Und hier zeigen uns erstmals empirische Studien, was ja aus Plausibilitätsgründen eigentlich ohnehin schon recht naheliegend ist, dass Ungleichheit die Autonomie der schlechter Gestellten einschränkt. Es ist, wie ich bereits sagte, recht plausibel, dass wenn das Maß an Ungleichheit größer und größer wird, bevorteilte Menschen ihren politischen Einfluss leichter durchsetzen können als Benachteiligte, indem sie einfach über mehr Kapital verfügen und hier dann in Form von Parteispenden oder Lobbyarbeit hier auf das politische Geschehen einwirken können. Das eigentlich Interessante, was ja wie gesagt schon naheliegend ist, ist, dass wir jetzt darüber auch empirische Sicherheit haben, dass das tatsächlich auch in freiheitlich eingerichteten Demokratien stattfindet. Also selbst Demokratien sind davor nicht gewahr. So belegen die Studien hier, ganz interessant die Studie von Hohel 2018, die dieses anhand von Jahrzehnten der also von Längszeitstudien in den über Jahrzehnte in den USA verfolgt haben und das also diese Tendenz ist auch bereits jetzt schon sichtbar in Deutschland. Also da früher gibt es auch die ersten Studien, dass sich die Mitbestimmung der Benachteiligten mit steigender Ungleichheit mehr und mehr verringert. Es ist also sozusagen auch eine demokratiegefährdende Tendenz. Letztendlich mag man noch anführen, dass die Stabilität eines Landes, also die politische Stabilität natürlich auch ein gewisser wichtiger Faktor ist, wenn wir das Thema Verteilungsgerechtigkeit betrachten, denn wir möchten natürlich nicht, dass unsere wohlüberlegten Gerechtigkeitsgrundsätze dann politischen Unruhen zum Opfer fallen und dann letztendlich das Recht der Stärkeren vielleicht in Kraft tritt und unsere wohlüberlegten Gerechtigkeitsgrundsätze ersetzt. Und auch hier gibt es empirische Belege, gute Belege, also valide Belege dafür, dass mit steigender ökonomischer Ungleichheit das Risiko wächst für politische Umwälzungen, also sowohl in die Richtung von Demokratien zu Diktaturen als auch von Diktaturen zu Demokratien. Außerdem nehmen politische Unruhen zu und politisch motivierte Gewalttaten. Ja, vielleicht kennen Sie das, das Ultimatum-Spiel, das ein psychologisches Moralexperiment, das belegt, dass wir vielleicht auch aufgrund unserer Evolution einfach auch eine gewisse Tendenz zur Gleichheit haben. Das ist ein Experiment, wo zwei Probanden beziehungsweise Probandinnen in einem Experiment sind und Proband A wird angeboten, dass er einen Geldbetrag von beispielsweise 50 Euro bekommt, aber er darf ihn nur behalten, wenn Probandin B zustimmt und er muss jetzt Probandin B ein Angebot machen, um ihr einen gewissen Anteil abzugeben, dass sie zustimmt und hier belegen zahlreiche Studien, dass Menschen eben Angebote von unter 40 Prozent ablehnen. Also wir scheinen auch irgendwie eine gewisse psychologische Tendenz zur Gleichheit haben. Ja, was ist die Schlussfolgerung nun von diesem Ausschnitt von einigen Argumenten, die ich jetzt hier sehr verkürzt dargestellt habe? Nun ja, das einzige schlüssige Argument, das hierfür oder gegen Gleichheit ins Feld geführt werden kann, ist das Anreizargument. Wir könnten also sagen, jeder Mensch hat das gleiche Recht auf den gleichen Anteil an knappen Gütern, es sei denn, das Ziel, das mittels einer Ungleichverteilung angestrebt wird, ist von bedeutender gesellschaftlicher Relevanz. Also wenn wir uns auf eine Abweichung von einem gleichen Anteil auch zwischen den Generationen jetzt mal in Betracht auf die Klimadebatte einigen, dann muss das irgendwie von bedeutender gesellschaftlicher Relevanz sein. also beispielsweise bei der Erstellung von Grundgütern, dass es hier vielleicht existenziell wäre. B, die am schlechtesten gestellten stimmen einer Ungleichverteilung zu oder müssten dies vernünftigerweise tun? Bedingung C, die Ungleichverteilung, mit der ein bestimmtes Ziel, also ein bestimmter Anreiz erreicht werden soll, ist minimal. Und C, das Ziel, das mittels einer Ungleichverteilung angestrebt wird, kann nicht ausschließlich durch Beziehungsgüter, wie das Zeigen durch Anerkennung, herbeigeführt werden. Also hier einfach ein Vorschlag, der das Maß an Ungleichheit minimieren soll und hier auch die Fragen aufwirft, der wir uns eigentlich stellen sollten, wenn wir über Gleichheit nachdenken, beziehungsweise über Verteilungsgerechtigkeit. Ja, das wäre jetzt mal in gekürzter Fassung der von mir vorgeschlagene Gesellschaftsvertrag, anhand dessen man dann die realpolitischen Verhältnisse beurteilen kann. Ich möchte jetzt zurück auf das eingangs erwähnte Gedankenexperiment kommen und möchte Sie jetzt bitten, noch mal kurz in sich zu gehen. Sie können jetzt noch mal überlegen, in welchen Punkten Sie vielleicht meiner Argumentation folgen, wo haben Sie sich vielleicht Notizen gemacht, wo Sie abweichen, wo Sie Ihre eigene Vorstellung von einer gerechten Güterverteilung haben. Gehen Sie noch mal kurz in sich. Es ist jetzt natürlich sehr abstrakt, so ein bisschen eine kleine Denkübung sein, hier auch einfach mal verschiedene Denkweisen und verschiedene Betrachtungsperspektiven, für die die Philosophie ja bekannt ist, einfach mal zu durchdenken, sich dem mal hinzugeben. Ja, gut, dann würde ich vorschlagen, lösen wir das Gedankenexperiment auf. Hier haben wir den QR-Code, den Sie jetzt gerne mal mit Ihrem Handy abrufen können, dann erfahren Sie sozusagen, welche Personen Sie heute Abend sind. Für alle, die kein Telefon dabei haben, habe ich hier einen Steckbrief mitgebracht. Ich bin Günther, 53 Jahre alt, Mechaniker. Meine Religion ist muslimisch, meine Hautfarbe hell. Ich habe mein Leben lang als Mechaniker gearbeitet. Innerhalb der letzten Jahre bin ich vermehrt mit IT in Berührung gekommen. Ich habe sehr großes Interesse an neuer Technik und den Wunsch gefasst, eine Umschulung zum Netzwerk Administrator zu machen. Ja, und wenn ich jetzt beurteilen sollte, ob diese Personen ein gutes Leben führen könnte, nach diesen Gerechtigkeitsgrundsätzen, würde ich sagen, unter der Prämisse, dass Bildung ein Grundgut ist, dass jedem tatsächlich auch materiell zur Verfügung steht, dann würde ich sagen, würde ich dazu tendieren, diese Frage zu bejahen. Ob Bildung tatsächlich ein Grundgut ist, das ist natürlich die Frage in der heutigen Gesellschaft, zumindest, ja. Möchte denn jemand seine Überlegungen, seinen Steckbrief mit uns teilen? Einfach mal, es gibt ja hier auch kein richtig und falsch, ich glaube, das ist der gute Punkt zum Übergehen in die Fragerunde, ich glaube, das kann man gut kombinieren, das könnt ihr ja einmal gerne Gegenargumente oder Lücken in die Argumentationskette, ich glaube, da freut sich Herr Hindenburg auch, oder allgemeine andere Fragen zum Inhalt, also ihr kennt das schon, genau, wenn ihr Fragen habt, oder eben etwas zu eurer Person sagen wollt, wieso die vielleicht nicht so gut beteiligt, ja, nicht so gut aufgestellt ist in diesem Gedankenexperiment in so einer Gesellschaft, gerne wir da einmal melden. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, der Abstraktionsgrad in der politischen Philosophie ist natürlich mitunter doch recht hoch, aber wie gesagt, also nur Mut, es gibt jetzt hier kein richtig oder falsch, lassen Sie uns gerne teilhaben an Ihren Gedanken, einfach einfach mal. vielleicht kann ich ja mal einen kleinen Eisbrecher versuchen, und zwar zum Frage zum bedingungslosen Grundeinkommen, da hört, also ich würde mal argumentieren oder behaupten, das ist ja ein Versuch oder ein Ansatz, um die ja hier argumentierte Gleichheit herbeizuführen und da hört man ja oder meiner Meinung nach das beste Argument, was man da hört, was sie dann, also was bei Ihnen auch aufkam, ist das eben des Anreizes. Vielleicht haben Sie das ja irgendwie aus Erfahrung auch mal irgendwie mit jemandem diskutiert, also wie würden Sie das jemandem, ja, keine Ahnung, wie würden Sie jemandem entgegnen, der sagt, ach, bedingungsloses Grundeinkommen, keine Ahnung, dann hat ja niemand mehr Lust zu arbeiten, oder dann, ja, was ist dann der Sinn überhaupt? Ja, verstehe den Punkt. Ja, also gerade das Thema bedingungslose Grundeinkommen wird ja auch in der Postwachstums, in Postwachstums Ansätzen mehr und mehr diskutiert, beispielsweise auch unter dem Begriff ökologisches bedingungslose Grundeinkommen. In der Tat sehe ich das als einen Lösungsansatz, zu mehr Egalität. Es ist allerdings so, das muss man auch ganz klar sagen, ich gehe darauf auch im Buch ein, dass ich dann auch hier in der Universitätsbibliothek hinterlegen werde, also wenn Sie da noch mal Interesse dran haben, sich mit weiteren Argumenten auseinanderzusetzen, dazu auch gerne mehr, ist die, ist der Sachverhalt so, dass hierzu leider noch wenig tatsächlich empirische Studien existieren. Das muss man so sagen. Allerdings ist es so, es gibt nichtsdestotrotz gibt es empirisches Material, beispielsweise aus Kanada, wo ein gewisses bedingungsloses Grundeinkommen in einer Region schon mal exemplarisch für vier Jahre getestet wurde und man kann zumindest erst mal so viel sagen, es sind keine negativen Folgen aufgetreten. Tendenziell gab es leicht positive Effekte, unter anderem, dass sich Schülerinnen und Schüler etwas mehr dazu entschieden haben, die Schule länger zu besuchen, also das Abitur zu machen, die Anzahl der Absolventinnen des Abiturs hat leicht zugenommen und ein paar schwangere Frauen und Mütter sind tendenziell etwas länger zu Hause geblieben. Das war das, was man den Studien entnehmen konnte, aber diese negativen Effekte, die oftmals ins Feld geführt werden, dass dann eben niemand mehr Lust hat, zu arbeiten, die sind eigentlich ausgefallen. Von der Warte her, da gehen ja auch viele Post Wachstumsansätze hin, dass man sagt, naja, wie wir im vorangegangenen Vortrag auch gehört haben, es geht darum, dass wir CO2 im Boden lassen. Und das heißt letztendlich, dass wir weniger konsumieren, zumindest im aktuellen Stand. ja, das lässt sich natürlich nicht so einfach vermitteln. Wenn man jetzt in der Gesellschaft die Forderung aufstellt, wir müssen jetzt einfach weniger konsumieren, schlechter Mehrheiten zu gewinnen. Wenn man aber im gleichen Moment argumentiert, dass dafür das Maß an Freiheit auch vielleicht zunimmt und das Maß an materiellem Konsum abnimmt, denke ich, gibt es hier auch durchaus positive Aspekte, die man im Rahmen der grünen Bewegung auch vielleicht mehr platzieren kann. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Sie haben viele Aspekte angesprochen, die einen trefflich nachdenken lassen und für mich als völlig außenstehend in dieser Richtung ist es auch alles schon sehr abstrakt. Ich bin jetzt schon ein etwas älterer Mensch und im Laufe meines Lebens habe ich immer gelernt, auf Beispiele zu schauen, auf Praxisbeispiele, auch sehr gerne in die Geschichte zu schauen. Ja, und ein Aspekt ist jetzt vielleicht einfach mal eine Frage, wenn wir uns jetzt umschauen im Jetzt-Zustand und real existierende Gesellschaften anschauen, gibt es welche, wo man sagen kann, ja, das ist ein Muster für eine Entwicklung, die mir total vorteilhaft erscheint und weil wir einen Eindruck haben, die ist stabil und die könnte sich ausbreiten. Ich werde noch einige andere Fragen haben, aber damit es nicht zu komplex wird, vielleicht mal diese erste. Ja, vielen Dank erstmal für die Frage. Ja, nun ja, es gibt natürlich verschiedene Perspektiven, die man hier betrachten kann, also wenn wir jetzt mal die soziale Gerechtigkeit betrachten, hinsichtlich der Verteilungsgerechtigkeit, dann erscheinen mir die skandinavischen Länder, das ein Stück weit besser zu machen als wir, also zumindest sind da die Maße an materieller Ungleichheit weitaus geringer und nichtsdestotrotz sind sie in der Lage, den anderen gleichen Wohlstand zu generieren. Also in dem Bereich natürlich kann ich verstehen, dass das natürlich recht abstrakt ist. Aber vielleicht sind sie besser informiert als ich. Mein Antindruck ist gerade, dass auch die skandinavischen Länder jetzt gerade von einer gewissen Polarisierung gegriffen werden, einer politischen Polarisierung, dass dort rechtslastige Bewegungen plötzlich sehr, sehr stark werden, dass eine Abgrenzung stärker wird. Also so hin zu einer schönen Utopie läuft das ja auch nicht. Vielleicht nochmal was anderes. Wenn ich in meiner bescheidenen Überblickswelt auf real existierende Beispiele schaue, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass ihre Grundideen im Experiment ja schon in verschiedenen Gesellschaften versucht wurden zu realisieren. Sie haben die französische Revolution angesprochen mit der Schrift von Rousseau. Wir haben Sozialismus Beispiele gehabt, rauf und runter. Und aus meiner Sicht ist in quasi allen diesen Gesellschaften am Ende etwas eingetreten, dass nämlich dieses Begriffspaar Freiheit und Gleichheit sich nicht Hand in Hand entwickelt hat, sondern auseinander entwickelt hat. Das heißt, aus meiner persönlichen Betrachtungsweise ist es so, dass die Gesellschaft, wo Egalität besonders wichtig wurde, dass dadurch Libertät eingeschränkt wurde, Extremfall wäre jetzt natürlich aufgrund des entstehenden wirtschaftlichen Ungleichgewichts das Beispiel Ost- und Westdeutschland, wo man am Schluss nicht mehr raus durfte oder rüber durfte. Haben Sie da eine Meinung zu? Ja, ich verstehe den Punkt. Ja, also der Begriff Freiheit ist in der politischen Philosophie tatsächlich sehr vielschichtig. Dichtes. Deswegen versuche ich den immer so ein bisschen zu meiden und mich vornehmlich auf Güter zu konzentrieren. Man kann ja Freiheit noch in ein gewisses Gut oder ein Recht übersetzen. Dann wird das vielleicht ein bisschen konkreter. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man die Gerechtigkeitsgrundsätze jetzt mal hernimmt und diese mit real existierenden politischen Systemen vergleicht, dann erscheint mir der Grundgedanke einer sozialen Marktwirtschaft jetzt erstmal per se nicht abwegig, aber wir sehen ja jetzt gerade anhand der Nachhaltigkeitskrise, dass es hier noch feinere Steuerungsmechanismen bedarf, wie beispielsweise eine starke CO2-Besteuerung, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Also ich denke, wir haben hier schon Potenzial. Wir sind jetzt nicht schlecht ausgestellt prinzipiell, aber vielleicht auch nochmal um Praxis, um auf die Praxis zurückzukommen, wie man da vielleicht auch hinkommen kann, ist ein Punkt, den ich heute vielleicht auch nochmal anbringen möchte, ist eben der Punkt, also wenn wir die grüne Bewegung und die soziale Bewegung betrachten, dass mir meines Erachtens nach hier oftmals eine Trennung vollzogen wird, wo wir zukünftig einfach, denke ich, vorsichtig sein müssen, denn wie ich versucht habe, heute auch darzulegen, ist das eigentlich ein großes Thema, es sind eigentlich Verteilungskonflikte, also es sind zwischen den Generationen Verteilungskonflikte, also zwischen anderen Generationen, aber auch Verteilungskonflikte zwischen den Nationen und innerhalb der Nationen und ich denke, da müssen wir einfach enorm aufpassen, denn die Bewegungen sind, unterscheiden sich in gewissen Punkten einfach, also das, wenn man aus soziologischer Perspektive schaut, dann haben wir in der grünen Bewegung einfach auch einen höheren Anteil an Bildungskapital in Form von universitären Abschlüssen, hingegen in der sozialen Bewegung eher aus dem, wie soll man sagen, Arbeitermilieu, Personen, die sich organisieren und hier ist es jetzt nicht unüblich, dass sich dort auch Distinktionen entwickeln, wir sehen das beispielsweise bei der Besetzung von Braunkohlekraftwerken, also es ist klar eine Aktion des zivilen Ungehorsams, die ich jetzt per se nicht schlechtreden will, aber das hat natürlich auch Folgen für die Menschen, die dort beschäftigt sind und wir haben beobachtet, dass das dazu führt, dass die Menschen sich von der grünen Bewegung nicht mitgenommen fühlen und einfach Angst um ihre Existenz, um ihren Arbeitsplatz haben, die weniger mobil sind und letztendlich sich mehr zur Seite des Managements hin bewegen und eine konservative Haltung einnehmen. Also es ist uns in der Hinsicht nicht gelungen, die Menschen irgendwie mitzunehmen. Ganz anderes Beispiel hat man in Stuttgart, dort stand ein Zulieferer vor der Schließung für Automobile, also ich glaube, die haben dort Pumpen für Fahrzeuge produziert und ja, dort hat die Gewerkschaft und Fridays for Futures sind aufeinander zugegangen, haben ein Bündnis, sind ein Bündnis eingegangen und haben gemeinsam eine positive Zukunftsvision für die Menschen auch erarbeitet, so dass das Werk letztendlich geschlossen werden sollte und dann in diesem Werk aber fortlaufend Produkte für den Gesundheitsbereich hergestellt werden sollten. Also das hat dann dort zu einer recht guten Kooperation geführt. Was ich damit einfach nur sagen möchte, ist, dass wir hier vorsichtig sein müssen und eigentlich mehr versuchen sollten, Potenziale zu bündeln, um hier einfach voranzukommen. Grundsätzlich möchte ich es ja begrüßen, dass Sie die Frage der sozialen Gleichheit überhaupt ansprechen und angesprochen haben. Aber wenn ich mir dann anschaue, was Sie einfach mal so ausgelassen haben, aus meiner Sicht die wichtigsten Sachen, nämlich wie denn diese krassen ungleichen sozialen Verhältnisse zustande kommen, also die entscheidenden Stichworte Herrschaft, Macht und Ausbeutung, insbesondere Ausbeutung, haben Sie vollkommen gar nicht erwähnt. Das heißt, wenn also 20% der Menschheit heute 80% der Ressourcen verbrauchen und auch da noch ziemlich ungleich verteilt, dann ist klar, dass sozusagen in der Peripherie des kapitalistischen Weltsystems die 18 Millionen Menschen, die da verhungern jährlich, und das sind auch noch mehr, wenn man die Kriegstoten und so weiter mitrechnet, also können auch weitaus höhere zahlen, dann zeigt mir das, dass dieses, was hier als soziale Marktwirtschaft bezeichnet wird, also eine Verschleierung der globalen Ausbeutungsverhältnisse einfach darstellt und wir haben uns ein Wirtschaftssystem geleistet, global gesehen, was konkurrierend ist, jeder Staat und jedes Kapital gegeneinander, und der Wachstumszwang ist auch noch da. Der Wachstumszwang wird herbeigeführt durch das Prinzip der Profitmaximierung und sozusagen es geht aber jetzt einfach darum, ich habe 1976 ein Buch gelesen, das war mein Bestseller, Ein Planet wird geplündert, ehemaliger CDU-Bundestagsabgeordneter, der später mal die Grünen mitgegründet hat, ebenso wie ich, und das ein Planet wird geplündert, gilt immer noch, wir wissen, dass der Planet ausgebeutet und zerstört wird, aber die Frage, wer das denn macht, die Konzerne, die Macht der Konzerne zu brechen, das und der Banken natürlich, das wollen wir natürlich nicht. Wir lügen uns in die eigene Tasche und meinen, ja, wir müssen schon so ein bisschen die Fassade begrünen und so weiter, dann wird das schon alles gut werden. Wir belügen uns selber und die Grünen, als ich dann noch mal Mitglied war, ich bin 1999 ausgetreten, als die Grüne Partei den Jugoslawien Krieg mit zugestimmt hat, heute ist die schlimmste Kriegspartei hier in diesem Lande, hetzt, also ich bin kein Freund von Putin, aber das ist eine andere Geschichte jetzt, also die Grünen hatten mal formuliert, eine Grundlage einer demokratischen Wirtschaft, äh Quatsch, Grundlage einer demokratischen Gesellschaft muss eine demokratische Wirtschaft sein. Und das hatten wir noch nie, das hatte der Realsozialismus mal angestrebt, aber unter dem Realsozialismus ist der Stalinismus rausgekommen und das war dann eben eine Diktatur über das Proletariat statt des Proletariats, also statt einer Rätedemokratie. Was wir halt brauchen, oder bräuchten, wäre eine wirklich demokratische Gesellschaft, die auch die Wirtschaft demokratisiert. Und das geht natürlich nicht, ohne die Macht der Banken und Konzerne zu brechen. Wenn wir das nicht schaffen, wird sich die Menschheit selber zerstören. Das ist leider so. Ja, vielen Dank erstmal für den kritischen Einwand hier an der Stelle. Ja, ich habe jetzt da viel marxistische Kritik rausgehört, wenn man so will. Vollkommen berechtigt, gehe ich auch mit. Möchte hier nochmal unterscheiden, also das ist jetzt wirklich eine ethische Betrachtungsweise. Nichtsdestotrotz bin ich da vollkommen bei Ihnen. Es gibt ja diverse Postwachstumsansätze, wo teilweise das Konstrukt der Genossenschaften gefördert werden soll, dass man eben über diesen Prozess auch Wirtschaft, dass sich Wirtschaftsunternehmen dort auch ein Stück weit demokratisch entwickeln, aber ja, also klar, bin da jetzt vollkommen auch bei Ihnen. die Frage ist bloß, ja, marxistische Kritik, die zielt auch oftmals auf Revolutionen letztendlich ab und ich sehe, ja, aber ich sehe, ich bin irgendwo, ich finde es ja irgendwo ein Stück weit sympathisch, aber ich sehe, das Potenzial einer Revolution sehe ich einfach nicht. Also ich sehe die vielleicht habe ich eine passende Frage dazu. Und zwar, als ich Regeln da entworfen habe, da habe ich mir gedacht, naja, so ähnliche Systeme, es kann mir zumindest bekannt vor und ich dachte dann spontan so an die Kibbutze, die sich da in Israel gebildet hatten am Anfang, wobei ich nicht weiß, wie die sich inzwischen entwickelt haben und in welcher Form es die noch gibt, aber die Frage, die ich damit verbinden will, ist schlicht und einfach, glauben oder wissen Sie, ob solche Gesellschaftsverträge auf eine relativ kleine Skala begrenzt nur funktionieren können, wo auch noch ein Überblick da ist, wo direkte Kontakte da sind oder glauben Sie, dass man es wirklich bis hin zur globalen Skala skalieren könnte. Das hängt ein bisschen jetzt auch mit dem Aspekt, der vorher angesprochen wurde, zusammen, dass faktisch ja wir einfach auch eine Konkurrenz jetzt momentan von Ländern global haben. Ja, danke auch für die Frage nochmal. Ja, die Kibbutze, das sind so tatsächlich positive Beispiele in so einem kleinen Mikrokosmos, wenn man so möchte. Ja, ist schwierig zu beantworten. Also, soweit ich weiß, gibt es entsprechende Experimente, die wohl nahe legen, dass ja, wie soll man sagen, sehr flache Hierarchien oder gar keine Hierarchien beziehungsweise sehr demokratische Abstimmungsprozesse tendenziell bis maximal 500 Personen irgendwie funktionieren. Andererseits hat es in der Vergangenheit eben doch über mehrere Jahre den spanischen Anarchismus gegeben, wo sich die Menschen auch organisiert haben, weitestgehend ohne Herrschaftsverhältnisse. Das ist nochmal tatsächlich ein spannendes Experiment aus der Geschichte, wobei der Anarchismus ja dann durch die Faschisten dann eben zugrunde gerichtet wurde. Ja, man denkt immer jetzt, wenn man das Wort Anarchismus hört, da ist jetzt hier Mord und Totschlag, aber ja, also die Menschen haben da offensichtlich doch recht friedlich miteinander gelebt und wenn man so manche Interviews von manchen Menschen hört, die dort gelebt haben, dann klingen die sehr zufrieden und ja, interessant, kleine Randnotiz, George Orwell, weiß nicht, die Farm der Tiere hat er geschrieben, der hat auch einen ganz interessanten Bericht zu seiner Zeit im Anarchismus, also er war zu dieser Zeit in Spanien gewesen und hat da auch einen ganz interessanten biografischen Bericht zu verfasst, hat tatsächlich auch an der anarchistischen Front gekämpft, was man oftmals gar nicht so weiß, also ja, in der Worte her mal interessant zu lesen, weil da zwischen den Zeilen oder auch explizit die Gesellschaft auch aus seiner Perspektive geschrieben wird, die er so erlebt hat. Danke für den Vortrag erstmal. Ich weiß nicht, ich sitze mich gerade mit Foucault zusammen und Foucault redet viel über Machtbeziehungen und er hat gesagt zum Beispiel wenn Macht gibt, also wenn es Macht gibt, dann gibt es auch Widerstand und Widerstand bedeutet gerade zum Beispiel bestimmte soziale Bewegungen, die Gerechtigkeit auch will und in seiner Vorstellung ist die Macht dann nur möglich durch auch Freiheit, aber ich höre gerade die ganze Zeit, dass Gleichheit und Freiheit irgendwie nicht zusammen Hand in Hand gehen können. Ich weiß nicht, ich habe es nicht so ganz gehört von dem Vortrag. Ja, also ich persönlich habe versucht, den Begriff Freiheit einfach nur auszusparen, weil der einfach meiner Ansicht nach doch ein recht schillernder Begriff ist, wo man viel rein interpretieren kann, ist es jetzt die Freiheit von Zwang oder ist es die Freiheit zu wählen, ist es die Freiheit auf politische Mitbestimmung, ist es die Freiheit zu reisen, ja, letztendlich ist es ein schwieriger Begriff, denn beispielsweise die Reisefreiheit nützt auch niemandem etwas, wenn er nicht ein gewisses Maß über die materiellen Voraussetzungen hat, diese tatsächlich auch nutzen zu können, deswegen bevorzuge ich einfach nur den Begriff Güter, also das in dem Sinne und ich würde jetzt nicht denken, dass sich das zwangsläufig widerspricht, also Egalität und Freiheit denke ich nicht, also es ist vielleicht jetzt verkehrt rübergekommen in dem Sinne, aber ganz im Gegenteil, also denke, dass Freiheit auch unter egalitären und gerade egalitären Bedingungen gelebt werden kann, aber dazu gehört natürlich auch, dass wir uns über Regeln austauschen, also das heißt ja jetzt nicht, dass wir regellos leben, selbst Anarchie bedeutet nicht, dass wir regellos leben würden, das ist im Extremfall, denke ich. also in deiner Vorstellung muss auch irgendwie so eine Macht Beziehung geben, damit wir eine gleiche Welt schaffen, muss es sein? Ja, ist bei Foucault schwierig, also Foucault redet ja davon, dass immer eine Macht vorhanden ist, also selbst wenn wir jetzt miteinander reden, dass da schon irgendwie Macht mitschwingt ist schwierig, stecke jetzt aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, so jetzt in der Foucaultischen Debatte jetzt nicht drin, ich kann die Frage auch gerne mal ins Publikum geben. Ja, ich kann das ja an der Stelle einfach mal ja gerne offiziell kurz beenden, aber wenn hier immer noch Diskussionsbedarf besteht, können wir das ja gerne fortsetzen. ja, wir überziehen einfach, fühlt euch ansonsten, wenn ihr wollt, frei zu gehen, wenn ihr was anderes vorhabt, ansonsten weitere Entgegnungen, weitere Fragen, können wir jetzt nochmal ein bisschen weitermachen, ich sehe schon oben eine. Ja, also, wenn man jetzt ihren Gesellschaftsvertrag betrachtet, sollen ja dann alle Grundgüter sollen ja quasi perfekt oder gleich verteilt sein und dann aber bei, also ich habe jetzt nicht ganz verstanden, bei knappen Gütern, jetzt als Beispiel Bildung, wie soll man das dann möglichst gleich verteilen, also man kann ja nicht zum Beispiel jedem einen halben Abschluss geben oder sowas. Ja, das kam vielleicht an der Stelle etwas verkürzt drüber, also Grundgüter würde ich davon ausgehen, dass man die bedarfsgerecht verteilt, also nicht gleich, weil da haben wir jetzt vielleicht nicht immer den, brauchen einfach nicht immer die gleiche Anzahl von einem gewissen Gut, um unsere Grundbedürfnisse zu befriedigen und für knappe Güter würde ich tendenziell zu Gleichverteilung tendieren. Also maßgeblich stellt sich ja die Frage heutzutage in unserer Gesellschaft der materiellen Gleichverteilung in Form von Einkommen und Vermögen und wir sagen zwar gerne, dass Bildung ein Grundgut ist, aber ich sehe das eher kritisch. Also könnte man sich ja fragen, warum gibt es überhaupt noch, warum muss man teilweise für Bildung bezahlen, warum bekommen Studierende nicht prinzipiell ein Stipendium oder ein kleines Gehalt. Ich meine, die positiven Effekte, die Bildung mit sich bringt auf die Gesamtbevölkerung, die sind ja hinlängst bekannt. Also eigentlich hat das nur Vorteile, wenn wir uns alle bilden. ja, ja, aber ich, also ich meinte ja genau, dass Bildung halt, das, es kann halt nicht, also wenn es knapp ist, was es ja ist, dann, also ist es halt nicht teilbar. Also man kann nur einer Person quasi dann eine volle Ausbildung geben oder halt nicht, also ich weiß nicht, ob das ganz rübergekommen ist jetzt, was ich gemeint habe, aber ja, da muss man irgendwie Wege finden, dass man es schafft, irgendwie Menschen irgendwie gleichermaßen zu beteiligen, wenn Bildung wirklich so knapp ist, dass wir nicht ausreichend Bildung für alle Menschen zur Verfügung haben, aber ich sehe eher das Potenzial dahin, dass wir uns bewegen, dass Bildung tatsächlich ein Grundgut wird und der Bildungssektor nicht einfach unterfinanziert wird auch teilweise. Also da sehe ich eher das Potenzial und wenn es dann tatsächlich so ist, dann das jetzt wie in Ihrem Fall jetzt da geschildert, dann sind das vielleicht auch keine gerechten Verhältnisse. Also dahin sollen ja die Fragen dann zielen, uns das zur Reflexion anzuregen und dass wir gemeinsam herausfinden, ja, wo sind jetzt hier eigentlich die kritischen Punkte? Also ich meine zum Beispiel nicht jeder kann noch vor seinem Ingenieurstudium noch mal ein Philosophiestudium machen oder sowas, aber vielleicht möchten das ja ganz viele, aber wie würde man dann dieses, wie man das verteilen würde, also klar, mehr Bildung und so, bla bla, finden wir alle gut, aber ja. Ja, ist vielleicht jetzt auch ein bisschen abstrakt. Also so wie ich das jetzt rausgehört habe, würden Sie ja sagen, würden Sie es einfach über eine gleichere Einkommensverteilung machen oder einfach nur über die Leistung oder welches Kriterium ziehen wir denn heran? oder der Bedarf, keine Ahnung, wir brauchen so und so viele Ingenieure und so und so viele Philosophen. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das Problem ist, dass wir denken, dass wir, dass Bildung ein knappes Gut ist. Also ich glaube, also wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, dann könnten wir uns das durchaus leisten mit beispielsweise einem bedingungslosen Grundeinkommen, dass ja, alle Menschen studieren können. auch unter Zuhilfenahme da jetzt erst technischen Potenziale jetzt, die wir jetzt haben, also mit Online-Übertragungen und E-Learning und alles, also das, wenn Sie sich beispielsweise die Fernuniversität Hagen ansehen, das ist ja beeindruckend, wie viele Studierende dort eingeschrieben sind, also wie wie viel, also was die Institution alles leistet, also ich glaube, wir könnten das als Gesellschaft schon und bräuchten Bildung jetzt nicht als Ware handeln, als knappes Gut. Also meine Vision wäre da halt eher, dass wir den Zugang zu Bildung egalitärer gestalten, also dass wir einerseits natürlich wie bereits schon angesprochen ein bedingungsloses Grundeinkommen in dem Zusammenhang natürlich attraktiv ist, dass der Bildungssektor nicht unterfinanziert wird und das aber auch Menschen die Möglichkeit haben, kostenlos auch beispielsweise Nachhilfe in Anspruch zu nehmen. Also beispielsweise, wenn sie jetzt vielleicht aufgrund ihrer Bildungsbiografie nicht das vorwissen, wie andere vielleicht von vornherein mitbringen, dass wir da irgendwie Wege finden, die partizipativer sind. Gut, meiner Meinung nach war ich das der Frage einfach nur ein wenig aus, weil ja klar, das würde ja dann einfach nur die Versorgung an Bildung erhöhen und dann ist es halt weniger knapp und dann können es mehr Leute quasi genießen. Aber das ändert jetzt nicht an Verteilung. Ein anderes Beispiel wäre vielleicht einfach nur Reisen. Sagen wir mal, wir haben die Kapazität, dass 50% der Leute halt einen Urlaub machen können. Dann wie würde man das verteilen? Man kann ja nicht halben Urlaub machen. Ja, dann muss man das, also das stellt sich jetzt aus der Nachhaltigkeitsperspektive eben beim Thema Reisen die Frage des CO2-Ausstoßes. Und aus der egalitären Perspektive des Gesellschaftsvertrages wäre dahin zu argumentieren, dass man erst mal von einer Gleichverteilung ausgeht, also auch global gesehen. Und ja, wenn man dann eben nur einen halben Urlaub machen kann, dann kann man scheinbar keinen Urlaub machen. Also, das will ich dazu jetzt sagen. Manche Sachen funktionieren dann halt auch vielleicht einfach nicht. Die sind dann eben nicht ausreichend vorhanden. Okay, ich kann dazu nichts mehr sagen. Okay, danke schön. Vielleicht noch mal eine Frage, um den ganzen großen Zusammenhang dieser Fließungsreihe zu schließen. Es geht ja um den Klimawandel und am Anfang in Ihrer Einleitung haben Sie ja schön herausgearbeitet, dass, ich glaube, 10 Prozent der reichsten Menschen, 50 Prozent des CO2-Ausstoßes verursachen. Auf dem Wiki hier habe ich so einen Sticker an der Laterne gesehen, ich schlafe schon drauf, Eat the Rich. Wäre das Ihrer Meinung nach eine Möglichkeit, der Klimakatastrophe zu entgehen? Ich weiß jetzt nicht, wie ich die Forderung einordnen soll, Eat the Rich. Ich kenne jetzt den politischen Anspruch dahinter jetzt nicht. politischer Anspruch ist nicht da, das ist rein pragmatischer, ich sehe die Fakten und es soll jetzt nicht irgendwie zu Gewalt aufrufen oder so, das soll jetzt mal ein bisschen, ja, ich frage mich nur, wo könnte man da eine Möglichkeit sehen, einen in einer kurzen Zeit aus dem Zusammenhang einen großen Effekt zu erzielen? Naja, also der Zusammenhang, der ist ja äußerst drastisch, weil hier ja auch eben schon angesprochen, das Machtpotenzial liegt, also bei den Reichen halt und das sind die, die einerseits über das entsprechende Kapital, die entsprechende Macht und auch über den CO2-Ausstoß verursachen und also ich glaube, da kommen wir ohne politische Regelungen kaum weiter, also dass man CO2-Emissionen einfach entweder wirklich begrenzt oder ja, also solche radikalen Ansätze, auch den Punkt der Revolution, also ich sehe aktuell kein Potenzial, muss ich sagen, also dass da die Mobilität in der Gesellschaft, dass es sich organisiert, dass da irgendwie erkennbar ist, dass da eine kritische Masse entsteht, sich nicht, also schwierig. Ansonsten klar, Vermögensumverteilung, das sind ja die bekannten sozial politischen Maßnahmen, also Vermögensumverteilung, warum nicht mal auch Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, also zwei Drittel aller reichen Menschen, die sind ja nicht so reich, weil sie dafür so viel gearbeitet haben, sondern zwei Drittel in Deutschland sind reich, weil sie geerbt haben. Und da gründet sich ja auch gerade die Initiative Tax Me Now, wo eine österreichische Unternehmerin sagt, die noch relativ jung ist, geerbt hat, sehr vermögend ist und sagt, na, das ist eigentlich komplett ungerecht, was hier passiert, ich habe ja nichts getan und sie gründet jetzt die Initiative, um politisch darauf aufmerksam zu machen, dass Vermögen einfach wieder besteuert werden muss. Und ja, insofern, ja, ich meine, man kann auch darüber nachdenken, warum nicht über eine Einkommens- oder Vermögens-Obergrenze, wo dann irgendwann vielleicht mal das Monopoly-Spiel vorbei ist. Also reichen vielleicht nicht zwei Millionen nach oben hin aus oder haben wir da nicht irgendwie Grenzen? Ja, verstehe schon den Punkt, worauf Sie hinaus wollen. mit der, mit den, ja, genau, vielen Dank für den Input und ich glaube, ja, irgendwo müssen wir ja die Gesellschaft verändern, sonst, ja, geht das immer so weiter und am Ende stehen wir vor dem großen Scherbenhaufen und wissen gar nicht, warum wir jetzt nichts getan haben die ganze Zeit, weil eben alle Leute, die wollten, dass es so bleibt, sich durchgesetzt haben. ja, Dankeschön, ich glaube, da vorne gab es noch mal eine Wortmeldung, oder? Vielleicht in dem Zusammenhang sehe ich bisher vielleicht das größte Potenzial tatsächlich, wie schon angesprochen, dass wir es irgendwie schaffen, die Grüne und die soziale Bewegung zusammenzubekommen und da war ja Fridays for Future schon echt medial auch präsent gewesen mit den Freitagsdemonstrationen. Also ich glaube, es braucht auf jeden Fall auch zivilen Ungehorsam, aber auch in Kombination mit einer anschlussfähigen Bewegung, aber die es möglich macht, dass weite Teile der Bevölkerung auch Teil dieser Bewegung werden können und ja, da wäre das vielleicht tatsächlich ein Ansatzpunkt, da stärker mit Gewerkschaften zusammenzuarbeiten und vielleicht so eine Art Generalstreik anzustreben, weil letztendlich speist sich ja dadurch das Kapital aus der Lohnarbeit, aus der Arbeit bringt er dann den Mehrwert, um jetzt hier wieder zur marktischen Theorie zurückzukommen. Naja, Eat the Rich ist vielleicht auch nicht so angesagt, ich bin eher Vegetarier, aber natürlich das Prinzip, was der Marktwirtschaft zugrunde liegt, nämlich dass man zum Beispiel eine Milliarde investiert, um natürlich mehr Geld hinterher bei rauszuholen, also anderthalb, zwei Milliarden und das immer weiter investiert und das geht nur mit Wirtschaftswachstum und mit diesem Prinzip, ja, dann plündert man den Planeten und wir als Lohnabhängige werden in dieses System eingebaut, man bietet uns dann noch die Chance sozusagen des Aufstiegs und der Karriere und schon läuft der Laden und wenn man es sich in Frage stellt, das hat ja die letzten, also seit dem zweiten Weltgekatz, dieses Wirtschaftswunder etc. gegeben, bloß wo das hinführt, das wurde uns nicht gesagt und auf wessen Kosten das quasi erzeugt worden ist und ja, ich meine, man müsste jetzt erstmal für Reformen im System kämpfen, zum Beispiel radikale Arbeitszeitverkürzung oder eine Sache, was auch nicht erwähnt worden ist, eben wurde gesagt, mit der Bildung und so weiter, wenn man sich überlegt, dass 2000 Milliarden Dollar weltweit für Rüstung ausgegeben werden, jeden Tag 4 Milliarden Dollar, die BRD jetzt nochmal 100 Milliarden zusätzlich für Rüstung rausschmeißt und so weiter, da werden die Milliarden rausgehauen für Bildung ist angeblich nichts mehr da und so weiter, also wenn man nicht, also es ist eigentlich für mich mehr ein psychologisches Problem, dass die Leute in Schockstarre oder was auch immer, sie denken, sie haben was zu verlieren, dabei haben wir eine Welt zu gewinnen sozusagen, die ganz anders und besser sein kann, ohne die ganze Verschwendung, ohne die ganze Zerstörung und so weiter, aber wenn die Leute nicht kämpfen für ihre Befreiung von dem ganzen Dreck, dann, ja gut, dann geht es wohl nicht anders. Ja, da brauchst du vielleicht auch einfach Aufklärungsarbeit, also ist schwierig, ja, also man hat das ja auch schon in den 68er dann versucht, da sind die Studierenden der Frankfurter Schule dann rausgezogen, haben Arbeiterhaushalte besucht, haben versucht, die Menschen aufzuklären, aber das hat auch nicht wirklich geklappt, aber ja, da irgendwie schwierig. Okay, dann aus Rücksicht den Pferdlern gegenüber, die irgendwann mal nach Hause wollen, machen wir jetzt mal Schluss und genau.